Hallo Freunde, letztes Mal das Video mit Terrarium hat euch gefallen und wir haben beschlossen noch eins zu machen, aber diesmal viel größer. Wir werden eine Glasdose brauchen, 1 bis 3 Liter groß. Nehmen ein mittleres Karton mit und gehen in den Wald, wo als erstes finden wir etwas Erde für unsere Idee. Dann müssen wir durch den Wald spazieren auf der Suche nach kleinen und schönen Pflanzen, die in Terrarium passen. Plötzlich stießen wir auf ein Holz mit Ameisenkolonie und haben beschlossen, es mitzunehmen. Zu Hause muss man die Glasdose auswaschen und richtig austrocknen, um die Schlieren zu vermeiden. Wie im letzten Mal tun wir erstmal die kleinen Steine am Boden und dann die Walderde. Dann musst du die Fantasie einschalten und die Pflanzen ordnen, so wie dir gefällt. In unserem Fall den Prozess hat ein Profi-Designer kontrolliert. Ab und zu muss man die Pflanzen mit Wasser besprühen, sonst trocknen sie aus. Als nächstes sind die Ameisen mit ihrem Haus eingezogen. Aus der Wachterlei-Hälfte haben wir eine Schüssel für die kleinen Einwohner gemacht. Ich habe im Internet gelesen, dass die Ameisen Fleisch und Zucker mögen. Sie haben es auf jeden Fall genossen. Dann tue ich die Warte auf den Draht und putze das Glas an den unreinen Stellen. Und unser Terrarium ist fertig. Auch wenn man Mühe gibt, funktioniert es mit ganz normaler Gurkenglasdose. Den Ameisen ihr neues Zuhause hat gefallen und außer ihnen gab es viele verschiedene Lebenswesen. Werden sie mit den anderen zusammen auskommen, wird sich zeigen. Wenn du am Leben des Terrariums interessiert bist, solltest du unser Kanal im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.